Da ist sie, die breite Brust. Das Mir San Mir ist zurück. Die Bayern, selbstbewusst, bei der Pressekonferenz am Montag in der Allianz Arena. Wir spielen Champions League und wie ich schon gesagt habe, der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League mit Namen wie Real Madrid, FC Barcelona und FC Chelsea. Also das zeigt die Qualität der Mannschaft. Vor dem Halbfinale der Champions League herrscht Zuversicht beim Rekordmeister. Trotz der verkorksten Meisterschaft, trotz dem Gegner Real, trotz den Galaktischen, trotz also der schwierigen Aufgabe. Was heißt schwierig? Man geht immer raus und will Spiele gewinnen. Das gilt für jeden einzelnen Spieler, es gilt für den Trainer und so ist es im Fußball. Die Bayern sind sich ihrer Stärke bewusst, unterschätzen den Gegner, aber in keinster Weise. Donjub, ja ein intimer Kenner der Spanier. Ich muss sagen, dass sie in diesem Jahr noch wesentlich effektiver sind, wesentlich besser sind als in der letzten Saison. Aber auch Heinkes schätzt die Spanier nicht als unschlagbar ein. Ich muss sagen, dass sicher zwei Mannschaften sich auf Augenhöhe begegnen. Die breite Brust, das Mir San Mir, die Bayern selbstbewusst vor Real.